Wie kommt man kostenlos an CSGO-Skins ran? Ganz einfach, in meinen Livestreams, Mensch, hey, da gibt's dreimal die Woche Skins auf den Nacken. Was man dafür tun muss, einfach nur am Start sein, im Stream sein. Ihr müsst nichts bezahlen und keinen Handstand machen. Einfach nur im Stream sein, beim Giveaway mitmachen und gut ist, jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. Und ja, in diesen Streams spielen wir auch immer zusammen. Also an alle, die mich fragen, ob man mit mir spielen kann. Ja, man kann mit mir spielen und genau an diesen Tagen ist es möglich. Heute ist auch wieder ein Livestream. Ab 22 Uhr, weil ja Freitag ist, ne? Gestern war auch einer, weil der Donnerstag war, ab 18 Uhr. Wisst ihr schon, gar nicht so schwer, ne? Es gibt auch, also zusätzlich, noch Subscriber-Giveaways. Also extra für Abonnenten. Aber grundsätzlich hat jeder die Chance, das Skins zu gewinnen. Egal, ob man Abonnent ist oder nicht. Egal, ob man followt oder nicht. Egal, ob man grün ist oder nicht. Den Link zum Stream findet ihr hier unten in der Videobeschreibung. Und ich werde auch einen Kommentar schreiben, wo ich ihn ganz oben anpinne. Damit ihr ganz einfach zum Stream kommt und nicht erst suchen müsst. Wobei es sehr einfach ist, auf Twitch der Dummerblein zu geben. Aber ich weiß ja, wie ein paar von euch sind, ne? Faule Gauner. Ab heute werden die Giveaways über den Stream verteilt stattfinden. Ich hau meistens vier Sachen raus pro Stream. Also zum Beispiel zwei Skins, ein Graffiti und ein Sticker. Und die werden dann über die Dauer des Streams rausgehauen. So werde ich es ab jetzt immer machen. Tätowiert euch die Zeiten hinter den Augapfel. Ich freue mich auf euch. Vielleicht sehen wir uns ja jetzt dann direkt im Livestream. Da ist dann auch die Facecam an. Ich weiß gar nicht, warum ich sie jetzt aus habe. Alter, Grasdackel. Moment. Scheiße, ich weiß nicht, warum ich die ausgemacht habe. Fuck. Guck mal. Na komm, wenn schon, dann richtig. Ja? Also Leute, kommt dran. Jetzt ist Livestream. Für euch, für mich erst in einer Stunde. Heute auf der Spieleagenda stehen. CSGO. GTA 5 Online. Und höchstwahrscheinlich noch Battlefield 5. Black Cox 4. Und PUBG oder sowas. Mal gucken. Falls ihr die Streamzeiten vergessen solltet, klickt einfach in der Videobeschreibung auf den Twitch-Link. Und da sucht mich halt auf Twitch. Immer wenn ich offline bin, steht dieses ganz große Bild hier. Das hier oben kann man dann wegklicken. Und dann stehen hier die Zeiten. Guck mal. Ach Gott, man kann es gar nicht verpassen. Ach und wisst ihr was? Guck mal da. Ein Countdown.